Eine Botschaft von Ihnen, bevor wir das tun, weil wir noch beten. Wir haben uns schon vor, dass wir danken dir für diese Gelegenheit, für die wir gern top sein, als deine Kinder. Dankeschön, dass du dir dein Wort gejift hast, dass wir dir gern lesen können. Ich hoffe, uns das zu verstehen, das Reich zu verstehen. Aber nicht bloß das Verstehen, aber das in uns Leben anzuhören. Das wird wirklich Wort bei uns. Ich hoffe, uns nicht an die Leidenschaften anzukommen, dass wir dein Wort wissen, was er zeigt, dass es uns dann durchgelebt ist. Wir vertrauen, dass du von dir etwas für uns hast. Du wirst mit uns sein. Wir beten wir auch für die Leiden in La Crete. In der Lea-Alberta, wir sind so viel für uns, dass du deine Hand durchgehangen hast. Die Menschen werden auch dichter in die Betreuung. Dankeschön für die Beweisen, mit rein und mit je beden Antworten. Wir freuen uns und wir vertrauen, dass du uns unser ganzes Leben durchführen. Und darum, wenn wir gehen. In Jesus' Sinn und beten wir. Amen. Ich will nicht von dir in den Pfarrig mitteilen, was mir immer in meinem Leben als Wirtfall geworfen ist. Und ich habe auch geholfen, nicht bloß Wirtfall. Wir haben ihn geholfen. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben, wo ich versuche, das Pfarrig zu erreichen. Und wo ich gesehen habe, dass das Pfarrig anbieten hat, was ich sagen hat, was ich versprechen hat, das ist wirklich. Und ich wollte mit Jungen mitteilen. Ich glaube nicht, dass viele von Jungen in Pfarrig sind froh. Und ich glaube auch, dass ich in meinem Leben mitgedeilt habe. Das ist ein sehr schöner Pfarrig, was wir bekommen haben. Und der lehrt uns von, wo wir leben sollen. Und was wir uns hören können. Und wo Gott uns führen wird. So, wenn wir in der Bibel mit haben, da haben wir nur Sprecher, das dritte Kapitel drin. Und da lese ich, wie Pfarrig Fiefen saß. Das ist ein Tagspfarrig von Jens Mars. Sprecher, Kapitel 3. Pfarrig Fiefen saß. Das ist ein Pfarrig, der, sie will verstehen von der Bibel, dass uns Säulen hell, unsere Säulichkeit, kann wir uns nicht verdienen. Wir können nicht so sehr schaffen, so sehr fern sein, dass wir mal wieder Freude haben haben. Die haben dort versorgt. Ich habe dort versorgt. Und dann war wir an, dass wenn wir so sehr versorgt haben, uns bis ganz so sehr ungestrengt haben, als wir können, dann haben wir doch noch einen Fehler gemerkt. Dann haben wir weiter nicht Freude. Weißt du, von woher ich rede? Der Freude, der kommt nicht von, dass wir mal haben, können so Fans sein. Und so soll ich ja, wir können uns gar nicht verdienen. Das ist allmählich. Wir wollen doch immer Fans sein, so gut es wie wir können. Und das auch wir auch. Aber wir brauchen, so dort können wir uns nicht verdienen. Aber die Bibel sagt dann, die Bibel hat viele Versprechungen. Das ist ein Ding. Die Bibel studieren dann, hier ist eine Versprechung, und hier ist eine Versprechung, hier ist eine Versprechung. Vielleicht wollt ihr mal eine weiße Klär von Marker, von der Tisch nehmen, und einmal, wenn ihr eine Versprechung fängt, an der Bibel, dann wird man die Klär tegnen. Dann wollt ihr ein paar Jahre wieder, wenn ihr eine Bibel durchblättern, oh ja, hier ist diese Klär, hier ist diese Klär, hier ist eine Versprechung. Das sind wie viele Versprechungen, die wollen fangen. Das sind weiße Versprechungen, in der Bibel, zu dem ich nicht kenne. Der Haftgabler ist hier eine Versprechung. Aber das sind auch Versprechungen, was Gott geben hat, wo er eigentlich, wo er erwarten hat, dass er eigentlich, ich worden wird dann, nein, was er ansehen wird. Oder dort wird er ansehen. So, das hat nicht mehr an Säulen, in den Säulen herlassen, was das auch so ist, wie man sich Jesus annehmen, und er hat uns. Nicht so, und was das auch so ist, aber das ist ein Versch, der Reden von, was er eigentlich kann, und ich kann es tun, wir haben alle, die hier sitzen, das ist ziemlich sicher, alle, meist alle, haben das Verlangen, dass Gott uns feiern wird, und uns leben. Das ist nicht so, dass die das jetzt, wir haben das Verlangen, Gott, dass Gott uns feiern wird, und uns leben. Dass wenn wir noch alle sein, das wird wie neu sein, Gott wird noch einmal durch sein, dass wir würden den Reichen weitergehen. Und wenn wir Trinkirchen in uns leben, dann können wir das alle sein, zusammenstehen, dann können wir das, und können beten, dann vielleicht, da hätten wir dann so gut, dass wir wissen, wenn nicht, wenn wir sagen, man, wenn wir da, wenn wir sagen, dass Gott uns feiern wird, das ist nicht so. Fehler steht, wenn wir nicht sagen, dass ein Fehler manchen warst, dass Gott erst danach durch warst, dann hat er uns geführt, dann wird das wieder, und das Vertrauen, was wir haben, und wir haben alle das Verlangen, glaube ich, dass Gott uns feiern wird, auf den Reichen weitergehen. In der Bibel redet das, von meiner Städten, von dem, weil wir, eine Städte checken, in der Sprecher, Kapitel 3, Versch 5, und das, weil wir uns lesen, ich lesen, der Versch 1, das ist das, Das ist eine Versprechung, wie auch können wir uns gern abberaten, das sagt, wir glauben doch der Bibel nicht, oder glaubst du der Bibel nicht? Wir sagen, wir glauben der Bibel, ich habe uns auf das Verlangen, das sagt, hei, wo hat die, ab den Reichen weitergehen? Gott sagt von sich selbst, eich wo hat die, ab den Reichen weitergehen? Eine Versprechung. Was sagt die da fair? So, das sind feier, feier Punkte, dann diese zwei Farge, drei von denen sind, von uns sind die, und ein von denen ist, was Gott getan hat. So, die drei von uns sind das, das erste sagt, verloht die ab den Haaren, mit den ganzen Hörn, das ist Nummer eins. Verloht die ab den Haaren, mit den ganzen Hörn. Punkt Nummer zwei ist, dann verloht die nicht, ab den ihnen verstanden. Punkt Nummer zwei, nicht die, ab den ihnen verstanden, verlohten. Punkt Nummer drei von uns ist, denk an ihm, an alles, was du daß. Denk an ihm, an alles, was du daß, und Gott denken, das ist Punkt drei. Der vierte Punkt ist, ein Haar wird die, den reichen, weich wiesen. Das ist Punkt Nummer vier, das ist Gott, sie noch. So, drei von uns, und einer für Gott. Und was wir da, muss man ein Klima betecken, was das sein wird. So, was meint das? der erste Punkt, wir verloht die ab den Haaren, mit den ganzen Hörn. So, was haben wir uns, ab Gott verlohten? Was meint das, wenn wir uns, ab Gott verlohten? Weil, das erste Ding, was ich an die uns, ab Gott verlohten, machen, oder können, das ist, mit uns, mit unserer Seiligkeit, mit unserer Eifigkeit. Wir glauben dort, und wir weiß, in der Bibel lehrt, dass ich an die, einmal leben kann. Wir wollen eine Eifigkeit sein. Das ist nicht das seltsame Ding, dass wir von Gott ein Leben haben. Der Mensch ist in der Seil, der Stoff nicht, das hat es nicht verändert. Aber wenn wir ein Eifigkeit leben haben, wie Gott, das ist, von was auf ihr Leben redet hat, damit wir ganz Gott vertrauen, das ist auch von der Redenheit. Meine Frau ist für die von denen, verlet sie die auf Gott, für die auf ihr Leben. Das ist die erste Stede, wo wir mit Gott vertrauen haben, mit Gott vertrauen. Wenn wir an Gott vertrauen, dann denken wir an morgen, oder von dem, was immer vertraubt ist, wie wir haben, oder am nächsten Weg, oder am nächsten Jahr, oder wenn die Kinder groß sind, oder das oder das. Das erste Ding, wie wir anfangen, Gott zu vertrauen, ist, mit unserer Seiligkeit, mit uns heilen, mit uns Frieden, mit Gott. Und da müssen wir uns lernen, und die Bedingung dabei, dass wir am Ohr, dass wir dann auch am Dres, bloß einfach die Glauben, und am. Aber wir wollen nur Kolosser 1 drehen, und da lese ich Ihnen ein paar Erfahrungen. Kolosser 1, Kapitel 4, redet von dir, wo so, wie können wir uns ab einem vertrauen können, mit unserer Seiligkeit, mit unserem Leben. Wir wollen ja alle noch einmal im Himmel sein. Wisst ihr doch, dass nicht alle Menschen wollen im Himmel sein? Aber wir können ganz geloten sein, du an, und da erst wollen wir uns ab Jesus verloten werden. So, und zwar sagt, verlote ich ab Gott von ganzen Horten. So, die Bibel lebt uns, wie das kann denn, und Kolosser 1, Vers 14 sagt, Jesus, hab wir unsere Erratung. Das meint, Jesus hat uns unsere Sünden verjeft. Vielmehr denken wir so, na, wann Jesus noch mal wird. Aber ja, Jesus kann meine Sünden verjeft. Aber an Jesus würde ich meine Erratung haben. Wenn wir so ein Vers lesen, manchmal denken wir den Zweig, und das ist, was ich euch meine, wie ich kann zum Vers, ich weiß zum Vers, was ich so an mein Leben. Manchmal denke ich, bloß wenn ich in Vers, weiß, dann glaube ich, das ist so an mein Leben. Und das ist so, und das ist so ein Fan. Aber kostet die, ganz geloten, ganz verloten, ob Jesus für deine Selligkeit. Lebst du an den Fried, dass Jesus deine Sünden betont hat? und sagt, und Jesus, hab ich unsere Erratung. Das ist nicht, und Jesus, tja, wie, so, wie, wird fern sein, wann wir harten. Das sagt, und Jesus, hab ich unsere Erratung. Das ist wirklich von dir. Und Jesus, hab ich unsere Erratung. Das meint, Jesus, haf uns, unsere Sünden verjeft. Nicht, dass Jesus mit gleichen, he, haf. Und so, was ich in die, dann muss man da, und erst das Unternehmen, Gott, zu danken dafür, und dann wird das wirklich in uns leben. Und wenn wir das wirklich tun, dann hab ich auch Frieden, da immer. He, haf uns, und Jesus, also am Krieg stoffen, das wäre ja nicht bloß für mich, das wäre auch nicht bloß für dich, das wäre für alle Menschen. Glaubst du das nicht, dass alle Menschen auf der Welt ihre Sünden wurde betont? So, das ist so, für jeder Mensch auf der Welt. Aber wenn das wirklich in uns, muss man das persönlich annehmen. Ich nehme dein Blut an, Jesus. Ich glaube, dass du hast für mich meine Sünden betont. Und dann wird das wirklich anders. Wenn ich dort einmal kann glauben, dass Jesus dein Blut meine Sünden ganz wech gewaschen hat, dann muss ich frei für Gott. Und dann ist das so, Jesus hat uns unsere Sünden verjeft. Und so, dass er es dann geloten hat, wir haben in uns Tagsverschuld, wir haben verloten auf den Haaren mit dein ganzes Gott. Du hast keine Rühm da an Vertwivel. Ganz ab Gott verloten. Und ganz im Vertriehen gehen. Das klämt wieder in dem Kapitel Kolosser 1, Vers 20, das ist ein bekannter Versch, das wird gleich hinterlesen. Jetzt heißt es das, durch den Sehen will Gott alles mit sich versagen. Alles, was ab ihr oder am Himmel ist, dadurch, dass Jesus frei gemerkt hat, durch sein Blut und Krieg. Krieg. Da sagt es, klar, was da passieren hat, durch sein Blut und Krieg hat Jesus frei gemerkt, zwischen mir und dir und Gott, zwischen uns und Gott. Als wir frei geworden, wollen wir das annehmen. die selbst werden für Gott fremd und ein schlechter leben, wie ihr Gott feindlich gesonnen. Und bei Christus hat ihr durch seinen körperlichen Tod mit Gott topgebracht, um ihren herrlich und schuldlos verarm hand zu stellen. Trotzdem ist das es, dass Jesus ist am Krieg scho und hat ihr Gott annehmen von uns selbst und die sind weig zu waschen, dann haben wir Frieden mit Gott. Dann haben wir uns mit uns ganz das Hört plus ich habe das verloten. Ich brauche mich nicht meine fehlern über meine Fehler und meine Sinn von der Vergangenheit. Ich brauche mich nicht meine meine die fehlern über was ich noch mal was in Fehlern merken. Ich weiß das Jezus blöd das was alles rein. Verneu und das wird ein Token von es noch was fehlern. Was wir haben und was noch fehlern so dass ihr geloten hat. Jesus einfach sagt wir sind ein Christus wer ein Gott ist und das wie wir das geloten hat. So uns verloot die auf den Hörn mit den ganzen Hört. Das wie wir anfangen mit Gott zu verlooten. So wenn wir dort geloten können anfangen zu haben und das mit unserer Tohkampf. So der letzte Punkt an des Fahres sagt Gott wird uns fehlern und wehen und das levy dann nicht der Tohkampf da wird wir zweit und Gott ihn kennt und Gott hat mich immer fehlern Gott ist immer mit mir Jesus sagt Ich sie immer mit all der an wel die die mit sind red zu den jungen und wenn du am ogen haben seine king wir sind jungen sein und wir haben nur gong dann wir uns auch an nehmen er wird alle dag mit uns sein ganz welt ein kriege not wort das passiert kriege not wort von am ständ in sein so man so und so schwore um sein an uns leben aber Jesus hat mit uns und wir haben verloben wie weit noch was und ich muss denken das Leben kann sich so verändern und haben Jesus was sein und wir nicht was sein und wir haben wir und wir sein und wir verloben wir uns nicht auf diese Dinge und wir vertrauen uns mit der Zukunft und mit Vergangenheit mit Fehler und mit Sehnungen von Vergangenheit und Gott vertrauen und das realisern wenn wir sind und wir am gleichen dann wollen das alle Dinge ausarbeiten weil wir das noch nicht verstehen können so der zweite Punkt ist und verlobt ihr nicht habt ihr nicht verstanden das ja für machen wir den Kampf auf den sei was das verlobt ich nicht habt ihn nicht verstanden so soll ich nicht meinen Verstand bringen noch mal wird ihr schon mal gesagt ich ihn verstanden ja okay so wir meint das nicht 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 denken wir haben das mit Gott fährt haben dann wird ihr Gott fährt fährt und verlobt nicht ab den Verstand ich denke das ist das und was lehnt du dich ich lehne mich noch mal hier ist das so brauche ich nicht meinen Karpat zu tun aber ich lehne mich hier an so an dein Leben lehnst du dich ab dein Verstand wenn das pulpit wird wenn jemand kommt hier fährt dann wird ich eh was kävel das kriegt so das würde mich nicht so hübschen können so vielleicht kann vielleicht nicht dann so lehnt das und so das sagt lehnt die nicht ab den ihnen verstand wenn ihr verstand kann fehler mehr du kannst mal so wie king meint du dann wir sollen das nicht brauchen ja wir sollen das das ist die fehl zu brennen uns verstand Gott hat uns so gejelf und wir sollen noch brauchen so gut wie kann wenn wir unsere Kinder in der Schule wie kann wir studieren in Bibel und lehnen wie man kann und wir versichern zu lehren uns interessiert Dinge zu weiten und dann wir verstehen wie kann Maya verstehen aber wenn ich anfange in other words ich verloh mich selbst ich weite nicht unsere fehl dann fehlt mir nicht an die und weite an mir fehlt an Gott ich verloh mich an ihn verstanden ich will mir weiten es an selts kreut so du wirst von euch als Fan aber ich wo eure Leute an Fehler merken du was auch wenn wir uns ganz an selts verloh haben dann kävel wie immer und so das wird sein lehn die nicht an ihr nicht verstanden das ist echt das noch kicken da verloh die nicht habt ihr nicht verstanden bräck das ist so ist die kurs in sie weiß die bibel leht uns weh sein und klug sein die bibel leht lehren das sagt das soll wir alle aber nicht uns verloten ab uns verstanden dass wir uns wollen mit alles weiten wir sollen so das ist was wir nicht sollen verstanden verstanden wenn wir noch so gut bräckern können nicht uns leben zu lehnen dass wir wollen uns weiten das ist nur Gott was wir kicken das ist der nächste Punkt was davon reden das denk an am und alles und das ist das Gehende davon denk an Gott an alles was das sagt Gott an Erkennung geben an alles was das das meint wenn die Schmerzen die Gerdine merken das und kicken was scheine rehnische Schmerzen das ist dann denkt du an Gott Gott hat dich von der Familie trafen das 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 allmählich ob uns verstanden oder uns hört Gott gesagt das ist von Gott und all uns wehen um Gott zu denken und das von uns wird Kinder haben und andere Kinder das will auch lernen und nicht mehr Kinder haben Gott Erkennung geben und wenn das schlechte Ding passieren dann Gott auch Erkennung geben und sein mit uns Müll Gott wird hier noch ein Weich durch haben Gott wird uns führen durch das ist ich wünsche ich kann die Termin in Geschichte verteilen vielleicht kann ich ihr eine Karte merken wir haben in Schütze treten und sind dort wir und müssen in Fraschut fort und ich sagen wenn ich es nichts würde sagen ich fort ja ich kann bet so wenn ich nicht wenn es ist nicht fehlen aber mir fehlt nicht an Gott wenn ich so an Fort ich treten und so ich höre auf mehr und dann würde alle sagen ich merke auch die höre oben und dann kippe ja oh ja ok ich nicht sein bis Plastik hoffentlich ich nicht so viel schmier. Dann würde ich ein Bett warten, aber ja, so mir fehlt das neulich an Gott, wenn ich mich verantwortlich kam. Und so, wir fuhren, wir hatten ja uns mit der, nur wir sagen, was da available wäre, wir wissen, woran wir verantwortlich, wir wollen, so, und was das Verstand hat, hat er keinen dort, weil ich wüsste, an dieser Land, er kann mich nicht, hat mein Verstand verloren, so, wir beten, hatten noch ein paar, der und ihr Bete, aber das ist noch besonders schwer, wie wir losfuhren. Mir wird kein ganz klar, das ist das, was wir wollen, es ist gleich ausschließlich, aber wir müssen, ich wisst, den da muss, wenn wir wollen, unter dem, was wir beschreiben wollen, sondern würden man den da auch besuchen, so wir beten es morgens, und Gott merkte deren up, und das geht es für uns. Wir wollen, wir wollen das Beste dann, nur zu sein, zu schauen, was immer das Beste ist, aber wir wissen, wir sind schwach, und Gott, wir vertrauen die bloß einfach, dass du das Ding so überbeten, dass wir schauen, was der Fan ist für uns. Und das wird interessant den Tag, wir sagen, ein nur, und andere nur, und andere nur, und das ist alles, schafft nicht. Wir blüß ein, was er schafft. Aber in Merlin, in Merlin, in Merlin, wüsste ich, dass der Einzige allein hat, wie das eine Wende gehabt hat, und der Andere wird alle an der Stelle, den Tag. Wir blüß ein, was er meilig wird. Wie interessant, will Gott verhindern das, wenn einer bloß am Kindlich vertrauen kann. Und ich wünsche euch das einmal so, aber ich das fehlt mir. Wann wir ihm ab am Vertrauen, und am Verloten. So, wir kosten die, ja, und Luther sagt, dass wir das Fehler, und du hast da ein bisschen Fehler, das ist dann erst, nicht? Aber ich lüß mich da nicht mehr in Träumen. Ich habe bloß Kindlich Gott vertrieben mit das, und ich will mich wieder verhindern, weil das war noch nicht all der perfekte. Einfach das Bild, Gott verhindern. Nicht, ob uns ihn verhindern, ob wir uns ab Gott lehnen, dass heute uns verhindern wird. Und du hast vielleicht andere Wehen, wie die das da lehnen, das kriege ich an das, das mir genannt, bloß ein Beispiel, wo wir uns in unsere Kinder mit annehmen, hat so eine Dinge gesagt. Das ist ja uns eigentlich an, wenn wir nicht antworten, oder das, wo ich nicht verhindern, was er da hat, ob wir mit annehmen, ja, wie vertrauen Gott, wie haben wir das Gebet, und dann lernen, wo Gott geantwortet haben, weil wir verhindern, dass von unseren Kindern, den glauben, lernen, ab ein täglicher war ich. Dann sagt Gott, hei, wird uns den reichen war ich wiesen. So er sagt, verlud die auf den Hörn, mit den ganzen Hör, verlud die nicht, ob den innen verstand, denke an, und alles, was du da hast, ist du da nicht aus dem Fattig kaufen, ist das Antragen, ist das Hüßt kaufen, oder ist das alles an diesen Ding, was wir tun, nicht? so ein kleiner Ding, so ein größer Ding, aber alles, und auch von Gott reden. Und das Ding muss wir reden. Und uns hat das an zu Menschen, zu der Familie, und zu Gott im Gebet, und auch an Körg. da war nichts, wenn du noch mal wirst abstoßen an der Kirche und von Gott sein, das wird eigentlich fern sein. Das fehlt die an, und die Kirche fehlt auch an. Und wenn wir in einem Stuh fahren, und bei der Arbett, besonders bei der Arbett hat einen die eine Säure fern gelegen hat, uns schlecht schien zu loben, und manchmal da wir das gehören, und manchmal haben wir uns zu Oscher geholt, oder was am du hast, du hast, und alle unsere Wehen, das meint bei der Arbett, das meint bei der Familie, das meint, wann ich allein seh, das meint, wann ich am Stuh seh, wann ich was am du schochen do, und alle jene Wehen an Gott zu denken, an Erkennen zu geben. Das ist ein Ding, das war ich von Gott, der ist die Arbett, und Gott ohne Erkennung geben, du fährst, und er sagt, er wird uns an all unsere Wehen feiern, und dort wir blass Fried haben, so ihr seht, wir weiten nicht, was der Zukunft wird sein, so viele Dinge werden wir nicht weiten, aber einen denkt, weiten, das Kinder Gott, Gott am wird mit uns sein, dort weiten, wenn wir Gott sind die Kinder sind, und den Fried, und der ihr Lohen hat, kann nicht leben, von dem Morgen, wenn es schon geht, wenn es schlecht geht, Gott hat mit mir, Gott hat mit mir, denkt er an, und all die Wehen, Gott hat mit mir, Jesaja 8, 24, 3, weil ich noch mit da un verbi Schlitten dann des Eichste steht, wer den Glauben an die hält, und sich ganz ab die verlaat, dem javst du Fried, anderen Fried, verloot die Ammer ab den Horn, begott im Horn, best die Ammer seier. Gott jen seien.